Hey Leute, schön dass ihr wieder da seid. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr bei Google Drive Dateien und auch ganze Ordner freigeben könnt, so dass entweder ausgewählte Personen darauf Zugriff haben oder eben alle Personen. So, hier schauen wir einmal, ich habe hier meinen Ablageordner, den nenne ich MacPavric Free Download und ich möchte zum Beispiel hier mal eine Datei freigeben. Nehmen wir mal dieses Haushaltsbuch, was ich erstellt habe, um dieses freizugeben, drücke ich hier einfach auf die drei Punkte und gehe zu dem Punkt Freigabe. Da nochmal auf Freigeben draufgehen. Jetzt öffnet sich hier ein Feld. Ich kann das jetzt eben hier einmal für den Eigentümer, welcher ich bin. Das ist klar, dass ich die Freigabe habe, aber hier könnt ihr noch sehen, habe ich zum Beispiel auch noch jemanden, der darauf Zugriff haben kann. Das kann ich entsprechend einschränken oder eben hier kategorieren, ob er es nur betrachten soll, ob er das Ganze kommentieren soll, also ob er da Bearbeitungsrechte hat. Oder ich kann eben machen, dass jeder öffentlich Zugriff darauf haben soll. Ja, Betrachter. Und jetzt kopiere ich hier entsprechend diesen Link und sage fertig. Und wenn ich jetzt diesen Link hier einmal in einem neuen Tab einfüge, dann hat jetzt jeder, der entsprechend diesen Link hat, Zugriff hier auf diese Tabelle. Und genauso funktioniert das auch bei Ordnern. Wenn ich jetzt einen ganzen Ordner freigeben möchte, habe ich auch hier die Möglichkeit, das über die Punkte zu machen und hier eben wieder über die Freigabe das Ganze zu gestalten. Ihr seht, hier ist noch nichts freigegeben. Hier ist der Zugriff eingeschränkt. Hier müsste ich auch wieder sagen, jeder, der über den Link verfügt, den Link kopieren, fertig. Und schon wäre dieser Ordner dann entsprechend auch für alle freigegeben. Ja, ich hoffe, das Video war informativ und hilft euch. Wenn ja, Daumen nach oben, gerne ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.